Homesafe HV20K Tresor Safe mit Schlüsselschloss. 20 x 31 x 20 cm. HXWXD. Carbon satt. Artikelzustand. Wie neu? Lieferumfang entspricht IMMER den Bildern. Sofern nichts weiter angegeben. Wie neu? Der Artikel ist neuwertig und weist keine oder nur minimale Gebrauchsspuren sehr gut. Der Artikel ist in einem sehr gepflegten Zustand. Hat nur sehr wenige leichte Gebrauchsspuren und ist voll funktionstüchtig. Gut. Der Artikel hat eventuell leichte Gebrauchsspuren. Z. B. Kleinere Kratzer. Flecken oder leichte Beschädigungen. Er ist voll funktionstüchtig und in einem guten Zustand. Gebraucht. Der Artikel hat deutliche Gebrauchsspuren oder Schäden. Wie Brüche. Kratzer oder starke Verschmutzung. Defekt. Der Artikel erfüllt seine Funktionsweise nicht mehr. Ist aber noch für Bastler geeignet. Preis etwa 57,36 Euro. falschen Cent. Für die Arbeit. Das war die Sitz wearnete Hände.